Herzlich Willkommen im LaVital, Ihrem Unternehmen für Hotel, Sport, Gesundheit und vitalen Köstlichkeiten aus unserem Restaurant Viva LaVita. Das Gesundheitszentrum lässt kaum Wünsche offen. Trainieren Sie in unserem modern ausgestatteten Fitnessbereich mit hochwertigen Geräten. Die Multifunktions-Sporthalle bietet Ihnen genügend Platz für diverse Hallensportarten und Fitnesskurse aller Art. Tennis-Korts und ein Fußballplatz auf unserer Außenanlage runden unser Angebot ab. Im Wellnessbereich können Sie Körper und Geist verwöhnen lassen. Entspannen Sie in unserer Infrarotkabine oder genießen Sie ein Entspannungsbad. Gönnen Sie sich eine unserer wohltuenden Massagen und lassen den Alltag hinter sich. Im Kosmetikinstitut schön und gepflegt können Sie sich zurücklehnen, während Sie mit Produkten aus natürlichen Wirkstoffen behandelt werden. Ankommen und ausspannen. Sowohl im Hotel als auch im Gästehaus erwarten Sie komfortable und freundlich eingerichtete Zimmer mit bequemen Betten für einen erholsamen Schlaf. Ob Tagungsgast, Restaurantbesucher, Wellness- oder Sportfan, wir freuen uns auf Ihren Besuch.